Moins ein paar Murillos, mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf Rapsplay, heute wieder eine Runde mit Murdoch. Ja, auf dem bin ich jetzt ein bisschen hängen geblieben. Es kam gerade eben ein Patch raus, ich hab vorhin, also die letzte Folge hab ich vorhin aufgenommen, dann hab ich ein bisschen Pause gemacht. Und jetzt nehm ich wieder eine Folge auf und auf einmal war ein Patch draußen. Ist das denn was? Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, Energieschaden, Max-Leben, damit bin ich eigentlich immer gut gefahren am Anfang. Hab zwar keinen Heiltrank und so'n Kram dabei, aber was soll's. So, nehmen wir mal die Minen am Anfang mit rein, ähm, dann kann ich immer die irgendwo hinlegen, damit mich keiner ganken kann. Mit ner Genki-Dama, hehehe. Das wär ein cooler Nickname, wenn man hier so Mobas spielt, Genki-Dama. Lass mich durch. So, zum Beispiel, hier können wir mal eine hinlegen. Die kosten ja schon sehr viel Mana, muss ich sagen. Wen haben wir denn, der jetzt in den Jungle geht? Äh, Kalari oder wen? Nee. Deal? Nee. Wir haben doch gar keinen Jungler. Versteh ich nicht. Warum gehen wir in den Jungle junglen, wenn wir gar keinen Jungler haben? Oder geht's deal in den Jungle? Ach, da oben wird gekämpft schon. Immer schön durch. So. So. Sollen wir uns die drei da hinten noch schnappen? Kann man sich jetzt gegenseitig blocken? War das schon immer so? Jetzt rammt er den weg. Nice. Der steht da ahnungslos und ist am Farmen. Wie blöd. Ja, jetzt haben wir die Punkte ein. Ich gehe dann nach rechts. Ah, Steel rennt auch schon dahin. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Bräuchte aber mal noch ein Level oder so. Weil dann könnte ich die Gegner zurückstoßen mit der rechten Maustaste. Komm, Fritzi. Oh. Der hat mich erwischt. Der hat mich erwischt. Schade. Ich gehe jetzt links oder rechts? Ich gehe jetzt erstmal links zu Guardian. Da können wir eigentlich relativ zügig die Lane pushen, würde ich sagen. Oh, in der Mitte. Der wird angegriffen. Von. Die sind zu zweit. Ah, der schafft es aber zum Tower. Oh. Das ist bitte einer. Das ist in meine Mini gelatscht gerade. Aber ich werde jetzt da auch mal neue hinlegen. Rechts. Er benötigt Hilfe. Einer kommt doch jetzt hier rechts rüber, oder nicht? Wuuu. Hau doch ab mit dem Ding. Aua. Oh, da ist auch ein, äh, ein Murdoch. Ja, was sagst du denn dazu? Au. 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 So, wieder ein Ally. Finde ich aber nicht gut hier. Hier kann keiner ganken kommen. Aha. Pass auf, die Mine. Holy moly. So, Mine dahin, damit keiner ganken kommt. Ihr kennt das Spiel. Ei, 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 ei. Kann man das Ding nicht abschießen, irgendwie? Wäre ja auch mies. Oh man, nicht getroffen. Den habe ich aber getroffen. So, ich gehe mal weg hier. Wie viel Leben habe ich nämlich nicht mehr. Ich will auf keinen Fall sterben. Yes. Nehme. Oh, wow, wow, wow. Oh, scheiße, das Ding hat mich erwischt. Hau doch ab, ihr Penner. Oh, Schrautschuss hat er abgelassen. Oh, er heilt sich. Fuck, ich bin in die Mine gelaufen. Hilfe. Merlock macht gut Schaden. Erwischt. Erwischt. Aufpassen. Den habe ich. Ei, 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 ei. Oh, die laufen los. Die sind hier hart am verteidigen. Aber das Scheiße ist, wir können nur bei den Last Hips die Dinger einsammeln. Weiß, sie sind nicht erwischt. Da killt er den mit der Ulti, ey. Das ist nicht sein Ernst. Okay, weiter, weiter, weiter. Das gibt's doch gar nicht. Treff den da hinten nicht. Ah, Snipeshot. So, noch kurz, dann geh ich mal zurück. Dann hab ich nämlich das erste Item voll. Und damit jede Menge mehr physischen Schaden. So, ich telepopime mich mal. Und da bin ich. So. Jetzt hab ich guten physischen Schaden dazu bekommen. Wichtig, wichtig. Vielleicht geh ich mal rechts pushen. Da kann ich auf jeden Fall in Ruhe farmen. Oder erst mal, soll ich erst mal da in die Mitte mit einspringen. Da ist ein Guidien. Und wer ist denn da noch? Irgendeiner ist gerade in meine Mine gelaufen. Das hört man immer an diesem Klatschgeräusch. So, klitsch. So, was gibt's denn hier? Oh, Mann. Ja, dann push jetzt mal hier. So, der hinten braucht Hilfe. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs, aber da liegen Minen. Da müssen wir aufpassen. Da müssen Minen liegen. Achso, Moment. Aua, was ist das? Okay, fresh. Okay, fresh. Fuck, 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 fuck. Nein, jetzt bin ich hier runtergefallen. Da kommt noch die Tussi. Der ist da. Au, das tut weh. Das tut weh. Okay, der ist da. Okay, der ist down. Heiliger. Der Wichser von da hinten. Ey, ich kam nicht mehr weg. Ich hätte auch nichts machen können jetzt. Der hat mich einfach weggenuket. Ich kam nicht mehr weg. Ich habe noch nicht mal Kartenpunkte bekommen. Fehlt mir noch ein bisschen was. Scheiße. So, jetzt habe ich auf jeden Fall das Item mit dem Leben voll. Oder welches habe ich denn jetzt? Das hier habe ich genommen. Maximal das Leben. Dann nehme ich als nächstes das hier, dann das hier, dann das hier. So sieht das aus, du komischer Kautz, mit rosiger Haut. Ich glaube, ich gehe jetzt aber mal rechts pushen. Oder da ist ein Guidien? Bitte sieht übel aus, der Turm zumindest. Da ist die Frage. Linkshelfen, Mithelfen. In der Mitte bin ich jetzt schon. Einer ist tot. What the fuck? What the fuck? Leck! Wo schiebt er den denn hin? Hauen doch um! Komm, wir schneiden ihm den Weg ab. Haha, er hat ihn gekriegt. Sehr fresh, sehr fresh. War aber gerade ein bisschen lecky hier, sag mal. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Tja. Skill rises, sehr nice. So, jetzt machen wir ein bisschen mehr Schaden hier. Da kommt ein Howitzer. Ei, Liga. Boah, leckt das hier heute. Das kann doch nicht wahr sein. Ey. Boah, Wichser. Warum, was ist denn hier mit dem Ping los? Alter, steht hier irgendwo der Ping? Also, very laggy. Vielleicht liegt das an einem Update. Aber gerade eben hat er ihn auch nicht gelaggt. Und, äh, ich habe ja auch keinen Download oder irgendwie sowas an. Ist schon wieder ein Tower von uns kaputt? sehr nice. Teamwork. Alter, warum laggen das hier so? Was ist denn hier los? Da stimmt da irgendwas nicht. Da kommen zwei. Ich habe wenig Leben. Ja. lauf, 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 lauf. Boah. Ey, das ist so behindert, Alter. Was habe ich denn hier? Also, keine Ahnung. Es ist richtig asozial gerade. Immerhin sechs Kartenpunkte. Kritische Trefferchance. Und nochmal kritische Trefferchance. 16 Prozent. Da geht aber noch ein bisschen mehr. immer feste drauf. So, rechts sind zwei. In der Mitte ist einer an dem Sammler zugange. Das Problem ist halt, wenn das weiter so laggy bleibt, warum gibt es denn hier keine Ping-Anzeige? Oh, die wollen unseren Turm. hat er den umgepustet, ey. Kleiner ab. Alter, macht er einen Double-Kill. Ey, ich kann gar nicht schießen. fuck. Ey, das ist so behindert mit dem Lack hier gerade. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier abgeht. Ob hier irgendwo ein Download an ist, aber ich habe eine 100k-Leitung. Also, selbst wenn hier ein Download irgendwo an sein sollte, äh, kann das ja hier keinen interessieren. Das scheint wohl an den Servern zu liegen. Ich habe auch die Playstations aus, die Wii ist aus, mein iMac ist WLAN aus, ähm, mein Handy ist auf Flugmodus. Ja, das Einzige, was hier noch WLAN benutzt, ist mein Computer. Das ist echt merkwürdig. Mann, so ärgerlich, ey, jetzt habe ich 3, 4. Hauptsache 6 Assists. Ne, du Penner. Gibt's doch nicht. Kommt mal näher, kommt mal näher. Au. Der blöde Howitzer da hinten, ey. Blöder Sack, ey. Scheiße. Ah, Mist. Also jetzt diese Runde. Alter, du bist so schlecht. Du bist so schlecht, ey. Gideon, ach du Scheiße. Ich knallt da jetzt direkt ne, äh, Dings rein. Ne Ulti. Komm, ich will wenigstens auf positive KD kommen. Nix getroffen? Ich dachte, der rennt da genau rein. Wie scheiße war das denn jetzt? Jetzt möchte ich ja wieder anderthalb Minuten warten hier. Ah, der rechte Turm geht gerade zugrunde. Ich weiß nicht, ob die das schaffen. Aber hier, der ist auch bald kaputt. sehr nice. Alter, der teffert da voll rein. grüne Wand. Alter. Schöner Crit. Rückzug. Oh Mann, hat der mich schon wieder mit der Ulti erwischt. Killt doch mal einer den scheiß Howitzer da drüben. Alter, Stil. Der hat ihn weggehauen. Oh ja, der hat ihn erwischt. auch tot. So, death ihn. Alter. Da würde ich doch mal sagen, äh, gute Arbeit. 466, schlecht. Eingekillt und dann gestorben. Ich bin da. Ich bin da. Einer geht rechts pushen. Die kriegen aber den Tower von denen nicht kaputt. Ich bin gleich zurück. Achso, der stand da am Sammler. Jeder Sammler ist... Wir sammeln. Wieder drei Punkte. Geil. Komm, gehen wir damit pushen, oder? Ja. Ja. Ab in die Puschen. Geil, meine Ulti. Ja, das habe ich kommen sehen. Eieieieieieiei. Verreck doch, du Kackteil. Was geht denn jetzt hier? Kommen wir. Hab ich. So, feste drauf. Komm, nächste Welle. Geil, 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 so, da kommt einer. Kack Roboter. So, ich komme im Stil. Bin gleich zurück. Mach mal den Sammler leer. Sechs Punkte. Ich kann mir jetzt die, äh, das Crit-Bonus-Item schon kaufen gleich. Aber noch muss ich halt nicht zurück, deswegen, ich warte lieber noch. Was will der Kerl? heiliger. Komm, mit Crit-Zons, ey. Heiliger. Neee. Oh Mann. Das ist schon leer. Kauf ich mir mal das hier als nächstes. Energie-Schaden. Komm, das probiere ich mal aus. Können wir immer noch, äh, Dings da rein machen. Also, äh, Crit-Chance-Dingsbums. Ich brauche echt mehr Crit-Chance-Karten. Jetzt mach doch mal den linken Turm da oben kaputt. Alter, fetzt der da durch. So, sind alle weg. Da oben ist ein Murdoch. Wo gehe ich denn jetzt hin? Rechts pushen? Links pushen? Mitte pushen? Bin eigentlich nicht so gut zu pushen. Geeignet. Der Murdoch. Kann man nicht kaputt machen. Ich dachte, die hätten die gerade irgendwie kaputt gemacht. sehr schön. Turm kaputt. Aha. So, ich renne mal mit da hin. Nein, der ist weitergelaufen. Also, nicht weitergelaufen. Komm ich hier oben durch? Boah, jetzt reicht's aber hier. Boah, jetzt reicht's aber hier. So Mensch, das gab Punkte Da hinten liegen noch welche Nein, die sind verschwunden Komm rein jetzt hier Au, 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 au Fuck Alter, geil, den kam noch an Fuck, 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 fuck Ich muss mir das andere Item noch holen Ich mach jetzt das erstmal voll Und hol mir dann das Item mit der 50% Crit Chance Das ist erstmal wichtiger Jetzt kann ich die Gegner verbrennen Indem ich einen Crit mache Oh, aber noch mehr Crit Karten Das ist irgendwie scheiße Ich hatte doch mal eine mit 16% oder so Wo ist die denn überhaupt, hab ich die nicht da drin Oder war die kein Wut- oder Int Karte Weiß es nicht Aber hier der Ist doch glaube ich Wut und Int Der Murdoch Murdoch Mörder Murdoch Wollte mich daran versuchen Komm machen, fertig Nein Okay, der ist trotzdem tot So, jetzt slay die Enemies So, mittlerer Turm Rechter Turm Okay, drauf, drauf, drauf Kugeln Alter, 220 Flampe Wo kommen die denn her, ey Macht mir ja Angst So Gehen wir links pushen Der 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 kann gar nichts machen, der Kerl Verdammt Wie soll man denn so pushen Vom einen nach dem anderen wegholzen hier Da Der eine wurde erwischt Komme, ich komme, ich komme Habe verteidigt Nice So Ich treff das überhaupt nicht, das Ding, ey Es kann doch nicht sein, dass ich so schlecht bin, da drin Fuck Das war richtig schlecht von mir gerade So, ich brauche jetzt Das hier Mit Energieschaden Oh, 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 oh Warum trifft der die nicht? Oh, ich dachte gerade Ich schieße ja manchmal mit beiden Waffen gleichzeitig Eigentlich Eigentlich nur bei der Ulti, oder? So, Steel geht ab Kalari Kalari ist erst Level 13 Welches bin ich denn? Auch 13 Dann wartet mal ab Oh, da hat einer aber scharf geschossen gerade So, jetzt gehe ich mit in den Teamfight Der sollte auf jeden Fall wegkommen Ja, komm, wir holen den Wir holen den, wir holen den Wir holen den Murdoch down. Fuck, warum treffe ich den nicht? Ähm, gehen wir irgendwo pushen oder was? Ich würde sagen, wir gehen rechts pushen. Hier gibt es Mana. Ist auch nicht verkehrt, dann lege ich mal ein paar Minen hier überall hin. Der kommt nicht mehr weg. Au, 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 au. Alter, wie viel Schaden das macht. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Da hinten ist die Tussi. Ich weiß nicht, ob ich mit so wenig Leben da hingehen kann. Vielleicht kann ich hier die roten Creeps killen? Die sind nicht da. So, die pushen nämlich unseren Tower. Holy. Nice, die ist down. Haben wir super hingekriegt. So, sechs Punkte. Ich kann mir das Ding kaufen. Jetzt geht es rund, Leute. 50% mehr Crit-Schaden. Das heißt, bei 500 nochmal 50% obendrauf. Sind schon mal 750. Ja, und dazu nochmal 44 physischer Schaden. Also wird das Ganze nochmal höher. Jetzt habe ich ihn erwischt. Machen fertig. Komm, du musst ihn kriegen. Yes. So sieht's aus. Ah, scheiße. Komm, ich, komm, ich, komm, ich, komm. Wack, der ist weg. Und schnell komme ich nicht hinterher mit dem. Tausender Crits. So muss das sein. Könnte aber mehr Crit-Chance gebrauchen. Bin unterwegs. Deal. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme. So, einer nach dem anderen hier. Oh, Mann. Autsch. Lauf da. So, ich pflanze hier bald ein paar Minen hin. Ich renne wieder genau rein, ey. Fuck, 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 fuck. Scheiße, verdammt. Scheiße, verdammt. Ungenügt. Ah, ha, 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 ha. So macht man das, mein Freund. Moment. Oh, da kommt, da kommt ein Arrow. Das Barrow, meine ich. Okay, drei Punkte habe ich über. Ich, ich beame mich. Das bringt ja alles nichts. Selbst wenn ich jetzt farmen gehen würde. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt irgendwie noch ein bisschen die Crit-Chance höher kriege. Äh, den habe ich leider nur einmal. Hier würde ich noch Energie schaden und ein bisschen mehr Leben bekommen. Komm, hauen wir noch ein bisschen mehr rein. Ein bisschen 100 Leben und Energie schaden. Damit komme ich zurecht. 30 Sekunden, dann ist die Ulti ready. Ich bin übrigens wieder im positiven Bereich. Ich glaube, ich gehe ja die Mitte verteidigen, oder? Als jetzt rechts zu pushen. Oder ich gehe über die Mitte nach rechts. Was ist denn mit der Tussi da? Alter, die Schaden gemacht. So. Wer fährt? Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Wir hauen. So. Den kriegen wir auch noch, komm. Haha. Au. So, Inhibitor angreifen. Ich schieße zu langsam. Ich schieße zu langsam. Mann, 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 Mann. Weiter, 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 weiter. Vielleicht kriege ich den down. Sehr nice. Nice, der ist kaputt. Sollen wir den nächsten angreifen? Da bin ich für so viel Mana. Lieber da runter gehen und den Typ da killen. Ich glaube, die Runde geht an uns, oder? Weil? Hat die den noch erwischt? Scheiße. Oh. Der da mischt. So, ich hoffe, die kommen jetzt nicht zu mir. Doch, er tut es. Oh, fuck. Oh, macht der Damage! Uh, weh, uh! Scheiße, verdammt! Zwölf Punkte! Äh, ja, dann machen wir jetzt nochmal 100 Leben, hä? Bis gleich habe ich alle Items voll. Ei, 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 ei. Der Tuck ist so mies mit dem Slow. Sehr fett. Pass auf den Howards auch. Der geht ab. Der Howards ist der Carry von denen mittlerweile. Also, mit dem darf man sich nicht anlegen, ey. Hab zwar jetzt nochmal 100 Leben aufgestockt, aber... Oh, wow, 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 wow. Weg da, weg da, weg da. Der kommt tatsächlich wieder weg. Ah, er hat ihn erwischt. Von hinten kam gerade hier in der Wand. Da frisst er das ganze Zeug weg. So. Sind wir jetzt alle Level 15 mittlerweile? Sind wir. Die Runde geht an uns, die Runde geht an uns. Ich geh geradeaus durch. Das war's, Leute. Das war's. Easy. Ach, guck mal, jetzt hab ich 60 voll. Jetzt kann ich gar keine Kartenpunkte mehr bekommen. Das Spiel ist quasi jetzt, äh, max. Also, so wie ich jetzt bin, bleib ich. 2.200 Leben. 1.400er Crits. Da ist zwar noch Luft nach oben, aber dafür fehlen mir die passenden Karten noch. Hör doch auf mit so einer Scheiße. Fuck. Was soll ich machen hier? So. Ha, ha, ha. Fuck. Ha, ha, ha. Ich liebe es. So, meine Freunde. Inhibitor killen? Ich glaub, wir haben gewonnen. Die spawnen nicht mehr, bevor der Core kaputt ist. Das war's. Da sag ich doch mal. Allgemein, gute Arbeit. Allgemein. An ally has taken the ore. The piano call is on. 23. Ein Schuss. Weck is up. Ja, da hab ich ja noch aufgeholt. Immerhin auf 20 zu 10. 20 zu 10. Alter, nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich nochmal so hoch komme. Nice. So, was sagt denn hier? Guck mal, obwohl ich, äh, so wenig Kartendinger hatte. Guck mal, der eine hat 2,7k. Ah, der andere Kalari 4,4k. Ach, du Scheiße. Aber ich bin auf am meisten Kills gekommen. Ähm, gut. Im Late Game haut, äh, Murdoch natürlich dann super rein. Leider fehlen mir noch die passenden Karten dafür. Ich, äh, muss jetzt einfach mal kurz ins Deck schauen, ob ich nicht noch ein bisschen mehr für die Crit Chance hab. Weil ich hab mir zu wenig, ähm, zu wenig Crits. Oh, jetzt bin ich bei Grux rein. Äh, äh, Favarok? Nee, wo ist er denn? Murdoch, da. Zu wenig Crits hab ich gemacht. So, bei den Aufwertungskarten. Ja, das sind nur 4%. Das ist scheiße. Das ist Attack Speed, Mana. Hatte ich nicht mal die hier in, in, in Wut für 16% Crit Chance? Attack Speed? Hm, komisch. Vielleicht haben die die wieder rausgenommen oder so. Assschleuder. Energiedurchdringung. Ah, ich hätt' ja gern mal ein richtig nices Item. Energieschadenverringerte Abklingzeit. Den hab' ich ja schon drin. Werden Ziele verbrannt. Keine Ahnung, wie viel das bringt. 50% Schaden gegen Ziele mit Schild. Ja, aber, weiß ich nicht. Da muss ja auch ein Gegner dabei sein, der Schild hat. Ansonsten braucht man die eigentlich gar nicht kaufen. Ah. Hab' ich jetzt nur zweimal die hier? Nee. Die hier. Gut. Naja, dann ist es so. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Pamarillos. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin. Stay Pam. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde. Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit dir nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Tritt dir, schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch. Drückend, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... Ich habe Verbindungspro...